was davon hat mir jetzt schon alle okay zufällig dann geht mit 16 warum jetzt so lange wie soll man das noch aufholen obwohl wir sind ja relativ gleich auf alle hier das das maul fahren und andere einfach um ja du bist irgendwie stinken möchte ich mich gleich in die abgrund rollen wollte jetzt will ich ja was erkennen würde das geht jetzt gar nicht das ist das ist einfach zu mir am rumpf nehmen mir ist gerade grüner panzer einen millimeter vor mir an die wand gefahren und wieder weggefahren nein ich bin super nur um runter zu fahren hat gerade jemand gesehen wie ich runter gefällt und schon wieder ein superyuppie mitgespielt hätte und super wurde ist er dann super superyuppie der wollte eigentlich schon längst da sein für eine halbe stunde wollte er noch kommen ja schickt mir hier wahrscheinlich auch weiter fleißig wenn er sich nachrichten mit diesem sprung nicht schafft mag er das nicht mehr kann nicht verstehen ich mag dich auch nicht mehr oh matze wenn ich ihn so vor mir sehe ne oh das tut ja krevy bin ich denn jetzt erster geworden ne jetzt gegen mich aber das glaube ich nicht krevy ich krieg dich noch nein nein oh ich raste aus warum mache ich so eine action ich dachte das wäre die letzte runde deswegen bin ich da so rumgeheizt dachte ich aber auch hätte ich mir alles ersparen können was ist denn los mit dem drecks spiel das kann doch nicht sein das kann doch nicht sein ich war gerade erst dann ist er hat er da du bist ja so ein pisser das hast du gar nicht verdient da lerne machen dann kannst du den bulletpill von mir so kriegen wir müssen es immer so machen ihr müsst immer der letzte sein immer der letzte sein oh und dann kommt korby auch noch und auf der zielgeraden ballert er mich weg